Servus, wir sind hier auf der Outdoor bei ISPO und ich habe hier dieses interessante Produkt gefunden. Drinktanks, das sind isolierte Kannen, kann man so gesehen sagen, sind aber primär für Bier gedacht. Die kommen aus Orion. In Orion ist es so üblich, dass die Kunden an die Brauerei kommen und lassen sich das Bier frisch in ihre eigenen Gefäße abfüllen. Und da kommt eben auch dieser Gedanke her. Besondere daran ist, es ist nicht nur eine Flasche, die isoliert, sondern es gibt auch hier diesen Aufsatz und damit kann man dann mit einer CO2-Kartusche, damit kann man Druck auf die Flasche bringen, kann das Bier unterwegs frisch abzapfen. So kann man also eben das frische Bier mitbringen und direkt zapfen. Verfügbar für den europäischen Markt sollen die wohl dann so ab September sein. Ich packe euch alle Links, die ich so habe, unten mal in die Beschreibung rein. Finde ich ein cooles Produkt. Ist auch verhältnismäßig leicht. Habe ich so persönlich jetzt noch nicht gesehen. Schauen wir mal was noch kommt. Danke fürs Anschauen. Ciao.